Herzlich willkommen bei uns im Gesundheitsnetz Küsnacht mit den Alters- und Gesundheitszentren, Wohnen mit Service, die zentrale Anlaufstelle, Beratung und Spitex. Uns gefällt es besonders gut bei der Spitex Küsnacht, weil wir dazu beitragen, dass die Küsnachterinnen und Küsnachter so lange wie möglich zuhause bleiben können. Das Unterwegssein in Küsnacht ist mit Auto und Velo sehr angenehm. Die Spitex liegt zentral und ist gut zu Fuss, mit ÖV und mit dem Auto zu erreichen. Die Mieterinnen und Mieter der Wohnungen mit Service oder Tag erhalten gehören ebenfalls zu unseren Klienten. Das Schöne ist, dass wir täglich Kontakt mit den Bewohnern und Mietern haben. So erfahren wir ihre Wünsche und können sie direkt erfüllen. Unsere Kolleginnen und Kollegen schätzen sehr, dass sie täglich saubere Arbeitskleider bei uns holen können. Es ist sehr angenehm in so einer helle und klimatisierten Wäscherei zu arbeiten. Unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Jeden Tag haben wir andere Tätigkeiten zu machen. Wir verteilen die Bewohnerwäsche, gehen beten, morgen und noch vieles mehr. Wir schätzen besonders die gute Arbeitsatmosphäre und dass alle im Gleichen strikt ziehen. Wir helfen uns gegenseitig. Bei uns stehen die Bewohner mit ihren Angehörigen im Mittelpunkt. Eine gute Pflege- und Betreuungsqualität sowie ein schönes Zuhause, in dem sie unsere Bewohner wohlfühlen, ist für uns sehr wichtig. Es ist sehr schön in der Aktivierung und im Tagesheim zu arbeiten. Hier kann ich fachlich und menschlich meinen Beitrag zur Lebensqualität der Seniorinnen und Senioren beitragen. Die Zusammenarbeit mit der Pflege funktioniert sehr gut. Wir tauschen uns täglich aus. Die Zeit verfliegt hier wie im Flug. Dank unserem engen Kontakt zu den Bewohnern, Gästen und Mitarbeitenden verstehen wir ihre Bedürfnisse und Vorlieben und können ihre Wünsche erfüllen. Unser kreativer Küchenteam schafft kulinarische Meisterwerke und sorgt mit super Teamarbeit dafür, dass jede Mahlzeit ein Genuss für alle sind. Wir sind auch Ansprechstelle für Freiwillige, wenn man sich gerne engagieren möchte. Mich selber fasziniert die Vielfalt der Küsnachter Bevölkerung und ich setze mich zusammen mit engagierten Menschen gerne ein für eine hohe Lebensqualität im Alter. Es ist ein angenehmes Arbeiten, da das Haus modern und hell ist. Die Wertschätzung ist sehr gross von den Bewohnern und den Mitarbeitern. Ich habe immer einen interessanten Arbeitstag, weil der Umgang mit den Mitmenschen sehr vielseitig ist. Ich arbeite gerne beim Gesundheitsnetz Küssnacht, weil meine Arbeit einen Sinn hat und bedeutend für die Allgemeinheit ist. Wir unterstützen ältere Mitmenschen in sehr vielen Bereichen und sie sind uns sehr dankbar dafür. Bist du offen für Neues? Dann bewirke dich noch heute bei uns!